Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein Einfamilienhaus in Borkow. Wir freuen uns Ihnen ein modernes und charmantes Wohnjuwel nur etwa 300 Meter von dem malerischen Kleinpritzer See entfernt, umgeben von ausgedehnten Waldflächen zu präsentieren. Erbaut im Jahr 2015, vereint diese Immobilie hochwertige Bauqualität mit einem anspruchsvollen Ausstattungsniveau auf insgesamt 105 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf zwei Etagen. Das Erdgeschoss ist barrierefrei gestaltet und wird dominiert von einem großzügigen Wohnbereich mit offenem Kamin und einer modernen Einbauküche. Große Terrassenfenster sorgen für viel Licht und eröffnen den Weg zur ca. 30 Quadratmeter großen Terrasse. Ein weiteres Zimmer und ein elegantes Duschbad mit bodengleicher Dusche ergänzen diese Ebene. Die Fußbodenheizung und Solarunterstützung für die Warmwasseraufbereitung garantieren Komfort und Nachhaltigkeit. Auf dem ca. 425 Quadratmeter großen, pflegeleichten Grundstück befindet sich eine Doppelgarage mit elektrischem Tor angrenzend an das Haus sowie eine gemütliche Sitzecke. Die obere Etage bietet ein großzügiges Zimmer mit multifunktionaler Nutzung und Zugang zu einem Vollbad mit Badewanne und bodengleicher Dusche. Zum Objekt gehört eine private Zuwägung, an der Sie einen 50%igen Anteil erwerben, was die Exklusivität dieses Angebotes unterstreicht. Eine Hecke umschließt die sonnige Terrasse und schafft einen privaten Ort für entspannte Stunden oder gesellige Abende. Sie können diese Immobilie jetzt auch virtuell besichtigen. Schalten Sie sich dafür einfach auf unserer Website für den 360-Grad-Rundgang frei. Leicht verständliche Grundrisse und die Maßbandfunktion werden Ihnen dabei helfen, sich mit der Immobilie vertraut zu machen. Abonnieren Sie uns jetzt auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube. Denn hier präsentieren wir Ihnen die neuesten Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Ach und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat.